Leute, es wird jetzt direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs, denn Leute, wir hatten ja gestern bereits angesprochen, dass wir uns momentan in einem Ascending-Triangle bei Bitcoin als auch bei Ethereum befinden. Beide dieser Triangle sind nach oben ausgebrochen, Ethereum etwas früher als Bitcoin, das liegt natürlich daran, dass wir hier bei Ethereum auch immer noch gerade diesen doppelten Boden vormen, aber auf all diese Sachen kommen wir gleich zu sprechen, denn ich werde euch natürlich anhand dieser Charts wieder ganz genau sagen, was wir in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Wochen vom Bitcoin-Kurs erwarten können. Ansonsten werde ich euch natürlich ein Update zu meinen Trades geben, Leute, meine Trades seht ihr ja, wir sind momentan immer noch in knapp 8 Millionen Dollar Long-Positionen, diese sind jetzt momentan noch mit 350.000 Dollar Gewinn, wie ihr wisst, ich habe ja auf Femex auch noch einen Trade gehabt, den habe ich ja bereits live im Stream mit 100.000 Dollar Profit komplett geschlossen gehabt, plus wir hatten ja über den gestrigen Tag live in der Telegram-Gruppe oder über den vorgestrigen Tag, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, auch nochmal bei meinen Bybit-Positionen knapp 50.000 Dollar aus den Positionen rausgenommen, das heißt knapp 150.000 Dollar haben wir an Profit rausgenommen, 350.000 Dollar an Gewinn sind jetzt noch offen und ich werde euch natürlich ganz genau sagen, was ich anhand der Charts auch mit diesen Positionen machen werde, werde ich demnächst neue Trades eröffnen, werde ich vielleicht diese Trades demnächst bereits schließen oder werde ich diese Trades einfach nur vergrößern oder verkleinern, wie gesagt, all das erfahrt ihr hier heute im Video, das heißt, falls euch das interessiert, bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran. Ansonsten ein kleines Update zu der Femex Trading Competition, unser Team führt immer noch mit Abstand gegenüber allen anderen Teams, Leute, wir sind mit knapp 70% mit durchschnittlichem ROI mehr im Profit als die ganzen anderen Teams hier und ich meine, das hat auch dann doch schon einiges zu heißen, wenn hier die ganzen Teams gerade mal mit so 10% aneinander kleben, ihr seht es, die sind maximal mal mit 20% oder so auseinander, wir mit Abstand der erste Platz, 70% vor Platz 2 einfach mal mit fast dem doppelten ROI, das ist wirklich relativ crazy. Das heißt, Glückwunsch natürlich an alle, die hier bei der Femex Trading Competition mitgemacht haben, leider ist der Price Pool momentan ja nur 2 Bitcoin, das heißt, ihr werdet alle nur ungefähr 200 Dollar oder sowas bekommen, aber ist natürlich trotzdem besser als nichts, auch wenn man vielleicht dann gar nicht mal so viel getradet hat und vielleicht sogar ein bisschen Minus hat, kriegt man das Geld direkt wieder als Bonus raus, weil unser Team im Allgemeinen natürlich deutlich, deutlich mehr Profite gemacht hat. Ansonsten, falls euch für das ganze Trading Thema interessiert, Leute, kleiner Tipp an euch zum Anfang des Videos, geht gerne mal in die Videobeschreibung, schaut euch hier das Trading Tutorial mit Tipps und Tricks an, dieses YouTube Video hier sollte jeder von euch in meiner Community mal gesehen haben, es hat 115.000 Aufrufe, es hat auch fast jeder von euch bereits gesehen, aber wenn ihr das gesehen habt, Leute, es hat einen Grund, warum es so viele Likes hat, warum es so viele positive Kommentare hat und sobald es ihr euch, ihr habt, wenn ihr es euch angeschaut habt, wisst ihr wirklich ganz genau, wie ihr alle Informationen aus meinen Videos, aus meinen Livestreams und aus meiner kostenlosen Telegram-Gruppe, wie ihr die in die Realität umsetzen könnt und wenn ihr mich dann noch unterstützen wollt für meinen kostenlosen Content, wie ihr wisst, alle meine Informationen sind immer komplett kostenlos, dann könnt ihr mich noch unterstützen, indem ihr euch bei Bybit, Femex oder Duradex mit meinen Affiliate-Links registriert, damit unterstützt ihr mich, ihr kriegt nochmal im besten Fall bis zu über 1.500 Dollar komplett kostenlos für eure ersten Trades und wie gesagt, ihr unterstützt natürlich mich damit und ich würde sagen, wir springen jetzt aber direkt mal in die Charts, damit ihr dann auch wisst, was wir jetzt hier so erwarten können. Leute, als allererstes mal eine sehr, sehr gute Neuigkeit, ihr wisst es ja, wir haben die ganzen letzten Tage darauf gewartet, dass Bitcoin hier das 0786er Fibonacci Retracement Level nach oben hindurch bricht und das ist jetzt tatsächlich bei dem Breakout mit diesem Ascending Triangle auch perfekt passiert, wie ihr sehen könnt, wir haben final endlich mal einen 4-Stunden-Close hier über, oder bereits sogar zwei 4-Stunden-Close über dem 0786er Fibonacci Retracement Level, wie ihr wisst, ich werde es nochmal ganz kurz für die neuen Leute wiederholen, wie ihr wisst, Leute, in jeder der letzten Korrekturen haben wir uns genau gleich verhalten, Leute, jede Korrektur bis jetzt in diesem Bullenmarkt war komplett gleich. Wir starten die Korrektur, bouncen vom 0,5er Fibonacci Retracement Level, hier sind wir vom 0,5er Fibonacci Retracement Level und hier sind wir vom 0,5er Fibonacci Retracement Level gebounced. Wir haben in jedem Fall ein bullisches Continuation Pattern geformt, Falling Wedge, Falling Wedge, Bull Flag und wir haben in jedem Fall ganz am Anfang der Korrektur erstmal eine Rejection beim 0,786er Fibonacci Retracement Level gesehen, Rejection beim 0,618er sogar, also ein bisschen früher sogar schon und hier auch wieder eine Rejection beim 0,786er, dann haben wir mehr Downside bekommen, mehr Downside bekommen, mehr Downside bekommen, haben dann das Breakout aus dem Continuation Pattern gesehen, Breakout aus dem Continuation Pattern, sind erneut am 0,786er Fibonacci Retracement Level abgeprallt, erneut am 0,786er Fibonacci Retracement Level abgeprallt, dann nochmal runter korrigiert, nochmal runter korrigiert, nochmal runter korrigiert, wie ich werde euch das jetzt anhand dieser Korrektur zeigen, nochmal runter korrigiert, übers 0,786er Fibonacci Retracement Level kurz drüber gebounced, das war bis jetzt in jeder Korrektur so, wieder runter korrigiert zum 0,618er oder zumindest zwischen das 0,618er und das 0,786er und danach sind wir nach oben ausgebrochen mit einer Bestätigung und haben ein neues All-Time-High gesehen. Aus diesem Grund konnten wir bis jetzt auch jede Korrektur perfekt diesen Bullenmarkt spielen, weil sich die Korrekturen eben genau gleich immer verhalten. Aus diesem Grund haben wir diese krassen Trades, aus diesem Grund liegen wir in letzter Zeit wirklich, naja, wie eigentlich das ganze letzte Jahr, die ganze Zeit weiterhin richtig und jetzt geht es natürlich darum herauszufinden, ob diese Korrektur jetzt tatsächlich sich so weiterhin verhalten wird wie die letzten und das würde natürlich bedeuten, dass wir jetzt hier erwarten müssen, dass wir innerhalb der nächsten 2-3 Tage mit Abstand ein neues All-Time-High sehen werden. Ich muss persönlich sagen, Leute, ich weiß und ihr wisst auch, dass wir uns momentan noch an sehr wichtigem Widerstand befinden. Ich möchte das ganz kurz hier mal auf dem Bitcoin All-Time-Index aufrufen, dass ihr versteht, von was ich hier gerade rede. Da gehen wir mal ganz kurz hier auf den Monthly-Chart und zwar sieht man da schon relativ schnell, von was ich hier rede. Und zwar rede ich hier von dieser großen roten Antiparabolen-Kurve sozusagen, ja, oder dieser Regression-Linie hier. Wie man sehen kann, Leute, bis jetzt sind wir noch in keinem Bullenmarkt bei Bitcoin über diese rote Widerstandslinie drüber gekommen und wir sind erneut an dieser Widerstandslinie. Das bedeutet natürlich, dass die Bären hier die Chance haben. Die Bären haben hier die Chance, ein Reversal für den gesamten Kryptomarkt zu starten, ja. Die Bären haben die Chance, ein Reversal des gesamten Kryptomarktes zu starten, denn bis jetzt haben wir immer reversed an dieser Linie in einem Bullenmarkt. Aus diesem Grund, wisst ihr ja, bin ich ja momentan so ein bisschen vorsichtiger und warte definitiv, bis wir hier über diese rote Linie drüber kommen, was ziemlich genau bei 68.000 Dollar wäre. Bei 68.000 Dollar, wenn wir diese Woche oder diesen Monat bei über 68.000 Dollar beenden, dann sind wir definitiv hier drüber ausgebrochen, was natürlich bedeutet, dass Bitcoin keinerlei Widerstand mehr über sich hat. Es gibt keinerlei Widerstand mehr und dann sind natürlich Kurse von 200.000 Dollar sehr, sehr einfach möglich, ja. Da sind Kurse von 200.000 Dollar sehr, sehr einfach möglich. Das Problem ist halt, wir müssen über die 68.000 Dollar kommen. Bis das nicht gegeben ist, befinden wir uns immer noch in einem etwas gefährlicheren Widerstandsbereich, denn dieser Widerstandsbereich wurde, wie gesagt, noch in keinem Bullenmarkt durchbrochen. Wir haben aber jetzt die ersten Anzeichen, dass es sehr wahrscheinlich wird, dass wir in diesem Bullenmarkt, oder nicht unwahrscheinlich wird, dass wir in diesem Bullenmarkt diese Linie durchbrechen. Denn schaut euch doch mal an, wie Bitcoin bis jetzt in der Vergangenheit immer mit dieser Linie interagiert hat. Kurz angetestet, komplett, relativ schnell abverkauft. Kurz angetestet, direkt, komplett abverkauft. Kurz angetestet, komplett, direkt abverkauft. Was ist denn jetzt passiert? Angetestet, nichts passiert. Die nächste Woche oder der nächste Monat, wir testen einfach wieder an. Kein starker Abverkauf. Normalerweise in jeder anderen Bullenmarktphase, als wir auf diese rote Linie getroffen sind, haben wir immer einen extremen Abverkauf direkt gesehen. Aus irgendeinem Grund ist das diesmal nicht der Fall. Plus, Bitcoin formt weiterhin auf den kleineren Timeframes. Bitcoin formt weiterhin auf den kleineren Timeframes bullische Chartpattern. Gehen wir mal ganz kurz hier auf den 4 hourly. Und Bitcoin formt weiterhin, obwohl wir genau an dieser roten Widerstandslinie sind, wo wir bis jetzt immer einen rapiden Abverkauf gesehen haben, hält Bitcoin sich sehr, sehr gut in der Nähe von dieser roten Widerstandslinie. Wir bleiben hier, wie ihr sehen könnt, wenn hier diese rote Widerstandslinie kommt, wir bleiben richtig schön dran. Ja, das heißt, und das ist eigentlich immer ein Anzeichen, umso mehr Retests es gibt von einem Widerstand, umso wahrscheinlicher wird es, dass wir diesen Widerstand auch nach oben hin durchbrechen werden. Das heißt, dass wir allein jetzt schon zwei Retests hatten vor diesem Widerstand, macht es diesen Bullenmarkt bereits deutlich, deutlich wahrscheinlicher. Denn bis jetzt bei jedem Retest wurden wir instant komplett abverkauft. Dadurch, dass wir jetzt bereits zwei Retests gesehen haben, wird es diesen Bullenmarkt bereits deutlich wahrscheinlicher, dass wir diese Long-Term-Resistance-Line nach oben hin durchbrechen können. Und dabei wird uns dieses Ascending Triangle und natürlich auch unser wunderschönes, unser wunderschönes, und unser wunderschönes, was wollte ich jetzt nochmal sagen, und unser wunderschönes 0786er Fibonacci Retracement, der wird definitiv helfen können. Das Wichtige ist jetzt, Leute, und das behalte ich jetzt gerade im Auge, das ist das, was ich jetzt gerade im Auge behalte und woran ich meine Trades auch orientieren werde, ich behalte jetzt gerade im Auge, Daily Chart, boom. Ich behalte jetzt gerade im Auge, ob Bitcoin es schafft, den heutigen Tag über dem 0786er Fibonacci Retracement Level zu beenden. Das würde bedeuten, dass wir einen Kurs von am besten über 59.500 Dollar sehen. Ein Kurs von über 59.500 Dollar am Ende diesen Tages würde bedeuten, dass wir ein bestätigtes oder zumindest mal eine Daily Close über dem Fibonacci Retracement Level haben. Und das würde auch bedeuten, dass wir auf dem 4-Hourly mehrere, mehrere Kerzen bereits hier über dem Symmetrical Triangle sehen. Am liebsten, äh, Ascending Triangle sehen. Am besten wäre natürlich, wenn wir es über den heutigen Tag schaffen, sogar noch mit ein paar 4-Stunden-Kerzen uns hier sogar ein bisschen von diesem Ascending Triangle zu entfernen, dann können wir uns eigentlich zu 90% sicher sein, dass der morgige Tag extrem bullisch für Bitcoin wird. Und ich kann euch jetzt auch direkt schon mal sagen, ähm, was ich machen werde. Wenn wir ein Daily Close, und ihr seht ja auch schon, wie wunderschön hier Bitcoin ausgebrochen ist, wir hatten hier auch noch ein theoretisches, ähm, wir hatten hier auch noch ein theoretisches Symmetrical Triangle, was wir hier hatten, ihr seht es ja, wir hatten hier auch noch ein Symmetrical Triangle, ich muss mal ganz kurz das hier grün machen, äh, Bitcoin ist wunderschön hier ausgebrochen, retestet jetzt hier gerade, ähm, das Ascending Triangle. Und wenn die Bullen weiteren Marktkontrolle haben, dann werden wir jetzt hier über die nächsten Stunden, über den heutigen Tag, ein Reversal und ein Bounce sehen. Sobald wir das sehen, können wir uns sehr sicher sein, dass der morgige Tag extrem bullisch wird, was auch im Umkehrschluss bedeutet, dass wir die Preisziele für diese Woche erreicht haben. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir hatten Preisziele von dieser Woche, wo wir gesagt haben, diese Woche sollte definitiv bullisch bei Bitcoin beendet werden und sollte keinerlei Anzeichen für eine Rejection an dieser wichtigen All-Time-Long-Widerstandslinie zeigen. Genau das haben wir dann gesehen, Leute, wenn wir diese Kurse halten, vor allen Dingen, wenn wir uns über 59.500 Dollar halten, dann hat die neue Woche wirklich eine sehr große Chance, vielleicht sogar bereits am Anfang des Aprils, nun eben diese All-Year-Long-Resistance-Line zu durchbrechen. Wichtig dafür ist eben nur, dass wir den heutigen Tag über dem 0786er, das heißt über ungefähr 59.300 bis 59.500 Dollar beenden, denn wir haben bis jetzt eben noch in gar keiner Korrektur diesen Bullenmarkt gesehen, dass Bitcoin nach dem Breakout über das 0786er, also über das zweite Breakout, man hat immer ein Fakeout gehabt bis jetzt in jeder Korrektur, aber mit dem zweiten Breakout über das 0786er haben wir bis jetzt noch nie gesehen, dass wir dann nochmal unter das 0786er drunter fallen und das wäre natürlich ein Anzeichen dafür, dass die Bullen hier nicht so ein einfaches Spiel haben, wie die ganzen letzten Korrekturen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass es eben doch die Möglichkeit gibt, dass wir in dieser roten Widerstandslinie All-Time-Long-Widerstandslinie rejected werden, das heißt, ich werde meine Long-Position erst wieder vergrößern, wenn wir hier wirklich einen ganz, ganz klaren Daily Close über diesem Ascending Triangle und auch über unserem 0786er Fibonacci Retracement Level haben, kommen wir jetzt aber auf Ethereum zu sprechen, ich habe auch eine 1 Million Dollar Ethereum Long-Position offen. Leute, wir haben hier über dieses Symmetrical Triangle geredet, ich habe gesagt, wenn wir da einen Breakout draus haben werden, werde ich eine größere Ethereum Long-Position eröffnen, boom, wir haben das Breakout gesehen, ich habe eine größere Ethereum Long-Position eröffnet, bis jetzt läuft diese Ethereum-Position ganz gut, wir sind mit der Ethereum-Position momentan 32.000 Dollar im Gewinn, aber Ethereum hat natürlich auch bis jetzt noch keinen unglaublich aggressiven Pump hingelegt, wir sind aber auch bei Ethereum momentan erneut über 0786er Fibonacci Retracement Level, bei Ethereum ist das Ganze sogar ein bisschen schöner, denn wir haben hier sogar wunderschön mit einem extrem starken WIG das 0786er bereits geretestet, das heißt, Ethereum sieht momentan auch anhand vom Ethereum-Bitcoin-Chart relativ bullish aus, ich warte gerade noch so auf eine finale Confirmation, die finale Confirmation wäre natürlich, dass Ethereum hier aus diesem W-Pattern die Neckline nach oben hindurch brecht, das heißt, ich warte gerade noch so, dass der Ethereum-Preis über 0,035 Bitcoin pro Ethereum geht, ich glaube, danach müssen wir damit rechnen, dass Ethereum-Bitcoin anfangen wird enorm auszupreformen, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, wenn wir jetzt heute einen positiven Daily Close bei Bitcoin haben, wird Ethereum wirklich in den nächsten Wochen anfangen, also wenn wir jetzt einen positiven Daily Close haben und wir keinen Drop mehr unter das 0786er Fibonacci Retracement Level haben, sobald wir da drunter droppen, werde ich meine Long-Position auch verkleinern, das muss euch ganz klar sein, sobald wir da drunter fallen, werde ich erstmal wieder meine Long-Position verkleinern und wieder ein bisschen vorsichtiger sein, aber wenn wir uns jetzt so verhalten wie in allen anderen Korrekturen und bis jetzt passiert es in dieser Korrektur, wir haben uns wieder eins zu eins so verhalten wie in allen anderen Korrekturen, wir konnten wieder alles perfekt vorhersagen, muss man ganz klar sagen, ist die Wahrscheinlichkeit enorm groß, dass Ethereum anfangen wird, Bitcoin extrem outzupreformen und aus diesem Grund habe ich natürlich auch eine Ethereum-Long-Position offen, denn Ethereum kann dann definitiv in den nächsten Wochen über den April vielleicht sogar einen 100%-Move hinlegen, dadurch, dass Ethereum eben anfängt, Bitcoin auf dem Ethereum-Bitcoin-Chart auszupreformen und Bitcoin natürlich gleichzeitig auch nochmal weiter ansteigt, was natürlich bedeutet, dass mehr Geld in den Markt hineinfließt. Ich würde aber sagen, Leute, wenn es euch jetzt wie immer gefallen hat, dass auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, falls ihr euch für das ganze Trading-Thema interessiert, ihr die Informationen aus meinen Videos in die Realität umsetzen wollt, dann gebe ich euch einen kleinen Tipp, Leute, geht mal in die Videobeschreibung, schaut euch das Trading-Tutorial mit Tipps und Tricks an dieses YouTube-Video, einfach mal aufmerksam anschauen, es hat einen Grund, warum es so viele Likes hat, es hat einen Grund, warum es so viele positive Kommentare hat, es ist zwar ein längeres Video, aber wenn ihr das angeschaut habt, Leute, und das verstanden habt, dann könnt ihr einfach die Informationen, die ich euch kostenlos in meiner Telegram-Gruppe gebe oder auch in meinen YouTube-Videos, in meinen Livestreams in die Realität umsetzen, es hat einen Grund, warum unser Team hier so gut performt, es hat einen Grund, warum ich persönlich immer sehr, sehr positive Trades habe, natürlich funktioniert nicht jeder Trade, es gehen auch ab und zu mal welche in die Hose, aber bis jetzt diesen Bullen mag man, jeder, der mich aktiv verfolgt, kann das bestätigen, ich treffe so viele Leute mittlerweile auch hier auf der Straße, die mir sagen, hey, was geht, ich habe wegen dir angefangen, alles Mögliche, ich werde zum Beispiel auch auf jeden Fall ein Interview mit dem Top-Trader aus unserem Team führen, der hat eine sehr interessante Story und so weiter und so fort, also wir haben hier wirklich unglaubliche Storys momentan, weil natürlich, im Bullenmarkt ist es natürlich ein bisschen einfacher, Profite zu machen, weil der Kurs nur nach oben geht, aber ansonsten, Leute, wenn ihr mich dann noch unterstützen wollt, registriert euch gerne bei Bybit, Femex und Duodex mit meinen Affiliate-Links, damit unterstützt ihr mich, ihr kriegt nochmal bis zu über 1.500 Dollar komplett kostenloses Bonus-Guthaben für eure ersten Trades, je nachdem, was für ein Bonus-Event gerade läuft, mit meinen Affiliate-Links kriegt ihr immer die bestmöglichen Boni, ohne die Affiliate-Links kriegt ihr gar keine Boni und ihr unterstützt, wie gesagt, mich damit und ansonsten, wenn ihr damit Profite macht mit dem Bonus-Geld, könnt ihr das natürlich auch auszahlen. Ich würde aber sagen, wir sehen uns jetzt heute Abend wahrscheinlich in einem Livestream, wenn wir jetzt den Daily Close Bullish sehen, werden wir heute Abend auf jeden Fall Livestream und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder in einem Video und in Updates in der Telegram-Gruppe. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.